Optimale Sicherheit gegen Einbruch. Die Tresore von Burgwächter. Das Sicherheitsdoppel für zuhause bietet der Kombi-Line. Mit Einbruch und zusätzlich zertifiziertem Feuerschutz. Sollte es brennen, sind ihre Papiere mindestens eine halbe Stunde lang sicher vor Feuer und Hitze. Das garantiert diese Plakette. In der Tür sichern besonders starke Rundbolzen den Tresor. Auch der doppelwandige Korpus macht es Einbrechern schwer. Extra-Sicherheit bietet der Schieberiegel oben in der Tür. Mit zusätzlichem Durchschlagschutz. Der verstellbare Fachboden sorgt dafür, dass alles seinen Platz hat. Egal ob Aktenordner, Wertsachen oder ihre persönlichen Erinnerungen. Wie groß soll der Tresor sein? Passend für ihre Bedürfnisse. Den Kombi-Line gibt es in vier Größen. Auswahl auch beim Schließsystem. Entweder gepanzertes Sicherheitsschloss mit Doppelbatschlüssel. Oder noch bequemer. Das neue Elektronik-Schloss mit sechsstelligem PIN-Code. Sicherheitsstufe S2 heißt, ihre Wertsachen sind je nach Police mit bis zu 20.000 Euro versichert. Im Kombi-Line von Burgwächter.